Dann gab es ein Schlitten, Spraßenkampf, Schüsse, Gasbeut und grüner Dampf und schwarze Gestalten, die immer wieder nach vorne ran zu einer brennten Barrikade, Antigone und der Kriegsverlösung. Wir wollen den Scheiß des Rotensystems! Wer von euch ist Antigone? Ich bin Antigone! Ich bin Antigone! Ich bin Antigone! Du bist gewonnen als die Pest schon Blüte. Du weißt doch gar nicht, was Leben ist. Wir! Wir sind alle Kinder des Verbrechens! Er lässt Zäune um sie herum bauen, sodass das Volk sich zu fürchten beginnt. Wir können nicht in diesen Kampf eingreifen, ohne ihn noch schlimmer zu machen als unsere Brüder. Als unser Vater. Ich habe keinen Aufruf mehr, aber ohne Aufruf kann ich nicht atmen! Wir müssen erst noch mal das Fäust beruhigen! Und den Fäust der Reifler sich sammelt als Drache! Beruhigen? Mit der Angst der Wohlgefühlten, der Gesunden, der Wachsage? Es war alles noch komisch, weil die, die auf uns geschossen haben, früher hier lebt. Ich möchte, dass jeder, der durch dieben Straßen geht, den Kopf erhebt! Wer mit Gesenktem Kopf durch die Straßen geht, erkennt die Gestalten des Feindes nicht! Ich bin Antigone! Nein! Ich bin Antigone! 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 Den Kopf geworben! Das war's.